Willkommen zu einer neuen Folge TTT Äh Map heißt 67th Wey oder so Sie gehen hier die Leiter hoch Sie gehen A Und? Kommt mal zur Straße Also in die Nähe davon nicht auf die Straße Warte mal hier war los OEMP Den Reifensimulator? What the fuck? Oh, was ein Zufall Äh Hier war doch jedenfalls ne fucking Luke Ich nutze die Technologie Ja, da kommt ein Auto Stefan Ich nutze die Technologie Alter, der Hund, ey So Aber warte, das kann ich ja jetzt auch Ähm Äh Ich geh weg von der Straße Warte mal Äh Warte mal, das von vorhin muss ich... Äh, habt ihr eigentlich auch schon gesehen, dass es in äh... Da unten, wo... Da im Keller, dass es da äh... Trader Tester gibt Ja Da war ich vorhin drin Das geht ja wirklich Aber seit wann ich bin mir mit Trader Tester Man kann, man kann sich sogar selber... Ey ne, ich sag's bloß so Vielleicht für die Interesse Aber man kann sich sogar selber testen Johannes Kann mich selber testen? Warte, ich will wissen ob... Oh mein Ähm Ja steh ich Ich hab's vorhin probiert, wo ich innocent war, das ging Johannes wurde grad umgem... Neetet Der, der wollte vor mir... Der, der ist vor mir geflüchtet Ist eine Rück... Ist vor... Ja Warte, ich nehm den noch ein paar mal hier, der lebt Vorsicht, Vorsicht! 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 Okay, er ist innocent Und? Ich lebe noch, ich lebe noch! Oh man! Daniel, du bist ein Wichster! Wo ist der, wo ist der? Wer ist es? Daniel oder was? Ja, ihr seid ja alle tot und Johannes ist tot, Louis und... Ja, Daniel, du bist es Wo sind denn eigentlich die ganzen... Ungefähr bei der... Ich hab hier irgendwo aber noch... Wo sind denn die ganzen Leichen da bei der... Bei der Straße? Ich seh die... Oder... Warte, da ist ganz viel Blut Ich bin halt nicht bei der... Ey, Moment mal... Tschüss, lebst du noch? Ja, klar! Ja, ich war die ganze Zeit im Keller... Ja, ich war die ganze Zeit im Keller... Sichtig! Hä, was? Ich bin nicht tot! Guck doch, bei Tanken... Nein, aber hier liegen drei Leichen! Äh, Deathhaker? Ja, nein, er hat sich nur mit ner Bombe gerade in Luft gejagt... War hier Deathhaker... Du Hohenkind! Nein, 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 nein! Ähm... Stefan, warum musstest du auch weglaufen? Ich bin auch weglaufen, aber es hat's mich... Ich bin denn mit, Alter! Ich hab erst gedacht, wieso redest du? Ja! Moment mal... Chris, lebst du? Ja, wird's halt! Aber hier gibt's glaub' nur ein paar ganz schöne... Viele Geheimnisse auf der Map! Neu... Ja, ich seh grad eine... Oh, ne, 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 ne... Oh, ich soll dich aber hier! Ach, wahrscheinlich irgendwie durch den Traitor-Dings oder so... Weil es gibt, man kann... Keine Ahnung... Ja, ja, ja... Kann aber... Kein Planen, wie man da hinkommt... Warte mal, was ist hier? Bei hier ist noch so ne Tür mit nem roten Knopf... Ja, das war aber... War aber n schöner Abgang... Ich glaub, diese... Die... Ich wollt grad sagen... Da kann schon... Man kann... Beim Gefängnis kann man doch bestimmt auch noch irgendwas machen... Also, beziehungsweise beim... Beim Waffen... Waffen... Ding... Au, ich werd besnipet! Hä? Von was denn? Keine Ahnung... Mann, von wem denn? Ich hab ne Schockgang, also... Ach, da hab ich nicht, okay! E感覺... Ehh, ich auch! Ja und damit... Kann's trotzdem auf den Schießen! So, da kommt das rote Auto... Da kommt die byste... Ach, da war das, was ich vorhin gesehen habe... Ach, da?! Wer ist da grad in den Keller runter... Ehh?! Wirklich, hühe! Ja, was denn? Nix! Ehh, ich geh nicht in den, äh... Toiletersort... äh weiter rum johannes was denn keine Ahnung du wächst jetzt als zwischen den Waffen rum alles klar das mache ich immer Jaja Hätte ich jetzt auch gesagt Jaja Jaja Aber was ich mich mal fragen würde was passieren würde wenn Traitor in diese Traitorfalle reingeht Welche meinen Achso du meinst die da unten Äh Twitter Tester Alter ich verwechsel dich mal Ähm wer hat das da grad weggemacht die Mauer gesprengt Ich hab vorhin gesehen wo wir diese wo wir diese Testrunde gemacht haben Man kann da Das geht dich gar nichts an Weiß wo er ist? Nein weißt du nicht Doch ich hab dich grad laufen sehen Alter man ist Stefan Hhhh Hhhhh 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 Nein, nein diesmal nicht so Hhhhh Daniel Louis 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 Hör mich doch nicht so Asche Hä? Jörg Hhhhh 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 Blake Weißer Shelley er ist er in die Psychiatrie klar hat er er ist in die Psychiatrie jetzt ach der hat sie einweisen lassen feucht chaoten muss man das ja mittlerweile kann man an so'n Auto so'n Spray machen keine Ahnung zeig mal das Spray äh das war close Joannes ja ich weiß zeig mal das Spray kommt ein Auto äh neus äh neus wie kannst du noch leben wie hast du Durstel aber welcher Arsch hat jetzt hier die Disco geschmissen der Lack äh leckt mich am Arsch oi ich glaub immer noch dass es Durstel Atemal ich hab die Idee für mich doch Atemal und war es roter Autorrat war es sich da Moment was ich darf dich killen nein das roter hat es gab heute im Turm du bist Prozent Prozent das das ob die Koppelbrotten Prozent Prozent ein Prozent 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 noch ich hab's übernimmt was 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 willst du die ich werde ich jetzt der Städte ein Buch ist auch drauf Nein! Junge, ey. Ähm. Warte, dann stelle ich die jetzt hier drauf. Alles klar. Hä? Ähm. Was war das mit euch? Was hab ich halt geschoben? Das war gerade ein Knopf gehört. Ja. Warte, ich dachte... Ich hab das doch noch rollen. Jetzt stehen sie. Oh, das geht... Jetzt warten wir auf weiße Auto. Ey. Was? Vorsicht. Ui! Ähm. Joa, Yogi, der hat doch echt nen Sack, alter. Das ist der Wahnsinn. Nicht so, alter. Warte, wie steht das? Hier steht noch so ne Kirche. Alter, Tretter wird mir grad stinken. Stimmt so. Ja, die, 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 die... Doi. Da ist der da drüben! Hör. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Nein! Ah! Nein! Was? Fick dich Chris, Mann! Oh, Spaß. Tretter wird mir stinken für die Stunden später. Runde vorbei. Kilo! Der hat der Deadwinger. ich glaube das war so eine Kombi aus beidem weil irgendwie kurz nach dem Todesspiegel kam ein Auto über mich rübergefahren ich schieße auf dich, plötzlich fährt das Auto und du liegst tot da aber ich hatte auch einen Dursel zwischendurch aber dann gibt es trotzdem irgendwo noch so ein paar Geheimnisse, wo ich bisher nicht hinkomme ich bin gleich wieder runter das ist meine Shotgun ich hab die doch gar nicht oh, ich hab sie selber oh, 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 oh da kommt zweite wir nutzen jetzt dann die Technologie, warte aber warte mal, hier war irgendwas war hier hinter, hinter diesem Scheiß wir nutzen die Technologie mein Mungo so wie auch immer ich jetzt seh ich den nur durch rum äh was? er legt so übelst drauf an ja warte mal, kann man die Reifen hier eigentlich bewegen? nein aber wenn du Glück hast, bouncen die dich weg steht 1-1 Lewandowski verdammt Johannes, du baust wieder einen Turm oder was? also in der doch warte, in der Schießerei ist irgendwas ey Schießerei was ist denn das? was hast du jetzt? Moment, was hast du jetzt in der Schießerei? ey du kannst da reinspringen du kannst ja diesen geduckten Sprung machen dann kannst du in diesen Dings rein und da war so ein Boden auf den hab ich jetzt draufgeballert und wird runtergefallen alter du hast mir 32 was zum geier was ist das für ne was machen die halt? das importiert sich einfach nur ähm wow schön toll ähm ihr wisst wo wir jetzt grad sind oder? ey wo seid ihr? ach weg ihr warte ich mir mal nen Fördertester mal wieder ich will vergast werden oh scheiße geh ich nur vor haha Moment ich versuche ich was ihr zwei können die schon mal nicht da muss ja einer dran sein oder? ich versuch's jetzt mal tschüss ok gleich geht's zu er hat schon dabei vergessen zu werden ja ja lol ich verzeh mich dann mal ok ähm 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 äh ey Daniel Daniel schießt auf mich das war das war das war Daniel jetzt mach mal du ist Daniel du ist Daniel Mann Stefan ich hab dich nein nein jawoll jawoll ach warum hat das ach so ich hätte mir C4 gekauft ok der Treadertester ist also dahinten ich hatte mir auch schon den C4 gekauft du jetzt weiß ich nicht aber hinter diesem Ding ist doch nochmal irgendwas hinter diesem Fies stand oder? ne dahinter kannst du nicht hin hab ich probiert du kannst da nicht hin ok stimmt du kannst da bloß äh ja da runter ja das wollte ich vorhin gucken aber ich hab nicht gesehen oder hab nicht ausprobiert ob ich da einfach drüber entspringen könnte ja gut das war meine ich dachte ehrlich gesagt sobald der Treadertest wieder aufgeht dass die Incenten Helikas hier ey ich war ja selber Indo ja wusste ich ja so ne Zeit noch nicht weißt das war schon lustig wir sind da unten gewesen alle drei waren Indo sind äh melone melone kaputt weißt du wo ich gesehen hab dass du Innocent warst war mir klar wer es ist äh hi johannes was ne daniel naja du ähm ja wie fliegen ähm ja alles leck ok war's bei mir nicht ähm ruhig du schnell verschiedene Sachen äh Alter ich hab nur 34 HP bist du da sag mal sorry Alter der Tisch ist so fett ich komm mir nicht durch die Tür ah jetzt Alter ich schieße ich mach da grad Obstsalat mit der Waffe und was macht der er schießt mir das bei 34 HP runter so ein Trottel wer schießt nein ich brauche mich die Theorie hehehe ich muss ähm ich häng am Reifen hä ah jetzt Box und Stop Box 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 das Läppel Box 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 das Läppel Aaaaah Hauptsache die Hauptsache jedes Mal die Wand hier kaputt machen und wenn wir machen wird mit dem dem mit dem mit dem das ich weiß nicht, dass hier zwei, ah ne, Louis ist nur da, ok ist hier auch? toll keine Bramste Theorie, ich schieß hier nur auf Steine also Johannes steht die ganze Zeit mit den Tischen, äh, ne Louis ich will mal grad sagen, ne? äh, ist Chris eigentlich tot? nein fuck und nicht mehr Louis, was war das denn schon wieder? ich hab auch in die Wand, ey was war das denn, Stefan? also ist klar, ähm oh, hey, Louis, schieß hier nicht, höchle äh, das, das, was was, Louis? Louis? ey, ich hab Angst vor Daniel, der hat nix in der Hand keine Sorge, Louis ist nicht oder zumindest nicht offensichtlich bisher doch nicht das ist noch nicht Daniel, das ist doch wunderbar ich war's ganz nicht, Alter, dann kann ich's nicht noch mehr sein doch echt mal an die Theorie funktioniert leider überhaupt gar nicht oh, schießt ja, da kannst du wieder äh, Moment mal ähm äh, hi, Louis tschüss Daniel? na? warte, letzter äh Daniel, 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 Daniel was denn? der fand's, der fand eigentlich dieses Christus äh, was? hh, 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 hh der hat mich dreimal wegmachen könnte in der Zeit, äh der hat mich dreimal wegmachen können in der Zeit, äh ey, wo Stefan denn? ich zieh um mikrofon muted ach, der ist unten äh, ihr habt zwei Wechsel mikrofon activated ich wusste es doch, ich hab's kriegert äh, wo bin ich jetzt? scheiße ähh ah ahhh gattattattä hh joh 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 Das nächste Mal drücke ich direkt ab, Pömer. Ich hoffe, dass Daniel auch abdrücken soll. Ich hab mir so gedacht, der ist doch bestimmt und dann BAM. Der steht auf einem nur da und schaut so. Wie man in diesen komischen Gang hier reinkommt, wenn man stirbt. Ich glaub, der da ganz unten ist halt echt nur zur Unterhaltung, wenn man tot ist. Ich wüsste jetzt nicht mehr, wie man da reinkommt. Ich hab jetzt alles Sequels eigentlich. Wie ich halt aber echt mal recht hatte, dass Daniel... Traitor... Ja gut, ich weiß aber zwischen rechts, dass man das so machen, dass man beweisen kann. Das kann ich jetzt nicht mehr abschalten. Wie wir mich eingegrenzt haben und dann alles kann er schossen werden. Ich dachte so, kannst du jetzt eigentlich mal schießen? Den hättest du auch schießen können, Marco. Ja, ich... Nö! Wär dich... Ach, hier ist L. Ah! Oh, was? Es ist das hier. Okay, das ist Chris. Wait, what? Ja, ich hab dich grad hier durch ins Haus gehen sehen. Da ist Daniel. Da ist ein Auto. Das war jetzt geil! Da ist ein Auto. Da ist deine Tod. Das wär's jetzt gewesen, ey. Das wär's jetzt gewesen, ey. Er lebt noch. Jaaaa... Er lebt noch. Oh! Ei! Einfach ne Warnauto! Ey! Ich bin auf jeden Fall schon mal industrial, auch wenn mir das kein Mensch glauben wird. Okay. okay. Du wohnst... Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall geblieben. Oh, wohnst... Oh, wohnst... Oh, wohnst... Oh, wohnst... Oh, wohnst... ...wann hier ist los. Äh... Johannes, kann es sein, dass du im Gang unten warst? Ja, ich hab da unten eine Waffe gesucht. Ja, Johannes ist es. Alles klar. Longe, aber was fällt das denn jetzt schon mal mit meinem Monitor? Das merkt man. So, das ist der Gang. Also, ich bin unten in den Gang. Wenn ich gleich tot bin, hat mich irgendein auch schon... So ist... Sie schießen. Sie scheißen. Sie scheißen. Sie scheißen. In die Hose. Gegen den Strich. Bitte. Egal wo ich hinkomme, ich höre Füße, ich sollte echt... Lauf! Du ist... Du ist... Du ist... Du ist... Du ist... Gegen den Strich. Alter! Ähm... Ja! Erschreck mich doch nicht so, Stefan! Meile Fresse! Ich hätte es fast geschossen, weil ich dachte, wer es du ist! Du auch? Hä? Wie habt ihr alle einen, Hanne? Mit der... Eine andere Frage... Daniel? Johannes! Was? Amk. Hä? Was Amk? Amk. Äh! Johannes! Was? Du hattest du bischen Wichser gekommen! Ja! Äh! Ich hänge! Ja! Ich bin doch klar mit deinem komischen Ding! Wo ist der hin? Du ruck! Und damit geht's weg! Du musst check auf die Toilette. Hudenrot! der war jetzt blöd Au Der war jetzt blöd Äh, hallo? Hi Äh Loll Jawohl Ich dachte nicht, dass du da unten noch wartest, ehrlich gesagt Ja, natürlich wartest du Das ist ein bisschen glöd gelaufen Weil, ich hör ja, weil der Treppe kommt Dann hab ich mich in den Kackraum so schön barrikadiert, Alter, und dann kommt die Mongoster Ach, süß, Arb Einen Moment, ich hab nichts gemacht, aber du bist Mir war das aber dann klar, dass Johannes sein Muss Aber, weißt, der Trick wär ja schön, wenn ich dir glaubt hätte, dass du tot bist Aber mit einem Schuss sicher nicht War nur mit so'n Schuss Also... Tatsächlich war ich aber angehettet Woher auch immer? Ja klar, aber nicht tot Der war da... Der war aber bei dieser Flugzeugmap, da hast du dich ihm direkt abgekauft Ja, da hab ich... Irgendwann hab ich's echt mal richtig abgekauft Aber hier waren wir klar, dass es nicht... Ah, da ist noch eine Ähm... Apropos Computer, ich glaub ich hab den Computer kaputt gemacht Kaputt Nutzen die Technologie Ist ja gar nix drin Äh, doch, da war ein Netzteil Also... Das Problem war halt, dass ich mit dem Metal-Launch-Förer verfehlt hab Du stattest einfach zu nah Hier einfach keine kleine Waffe Duis hatte ja auch einen Duis hatte ja auch einen Duis hatte ja auch einen und hat's nicht hinbreit Es wurden Fehler gemacht Soll ich Daniel töten, weil der immer noch AFK ist? Äh, keine Ahnung Ach der ist gar nicht da oder was? Wo ist denn der? Wobei, nee, lieber nicht, der wird ausrasten Der kommt noch eine Runde wieder Dann baue ich nen Zug Ich hab' verstanden, dann baue ich nen Zug Ich hab' verstanden, dann baue ich nen Zug Warn! Minecraft geht das einfacher Was? Wow Nein! Juhl! Juhl ist schon wieder! Gut, jetzt könnt' ich entweder auf Daniel warten oder... Selbst Du bist Also, warte mal Los, Protokoll! Stefan, nebst du noch! Hei! 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 Ohlalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Nein! 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 Äh, was? Was? Was?! Was denn das für eine Reichweite? Ja, echt wahr? So, easy Alleine geholt Amke gegen den Strich Ein mieser Wichser Stefan, der war aber auch nicht schlecht, ne? Der ist Stefan, ist irgendwie gebetet oder so Der ist, der ist... Der ist... Nein! Ich hab mein... Ich hab mein... Ich hab grad nichts ausgemacht, grad zu... Äh, gut Eigentlich ja Dann würde ich sagen... Ähm... Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Nichts! Tschüss!